So, hi Leute, eure DMTVer, beziehungsweise nur Lukas und ich, und ihr seht schon, wir sind in einem kleinen Zimmer, was aussieht wie ein Hotelzimmer, nicht gar anders, dass es ein Hotelzimmer ist. Mal raus, schwenken. So, wir gehen gleich nochmal. Ja, und zwar sind wir, wie ihr euch eventuell denken könnt, in Köln, weil morgen der Pressetag von der Gamescom ansteht und wir da natürlich auch hindürfen. Juhu, jäh, boi. Äh, nein, ja. Genau, deswegen gehen wir da auch morgen hin und werden euch alles zeigen und lassen auch gleich wahrscheinlich morgen Abend uploaden, wenn das alles so klappt, wie wir das wollen mit dem Internet hier. Und, ja. Ja, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen so durchs Zimmer rum, also, unser Waschbecken. Ja, man sieht schon, das ist eigentlich, also das Hotel war recht günstig, deswegen ist das Zimmer auch recht klein. Aber für unsere Zwecke reicht es nicht. Hier, Beagle. Reception. Warte, warte, dass ihr Trumps realisiert, ja, ich selber. Warte. Heißt. Da. Da. Nein, Schluss damit. So, dann kämpfen wir hier direkt daneben ins Bad. So, jetzt. Dann werde ich dann machen. Ähm, es ist quadratisch. Es ist quadratisch praktisch gut, also, das nötigste Toilette. Abstand Dusche. Also, äh, man könnte so sagen, wenn man hier gerade beim Geschäftsplan ist, kann man sich gleich dabei die Füße waschen. Also, das ist so gut im Plan. Dann, die Betten. Zimmer, da hinten. Haben wir schon gesagt, das ist ein Funkgerät, also, sieht zumindest aus. Äh, sieht zumindest aus wie ein Funkgerät. Also, können wir Polizeifunk gleich mithören, alles hier. Aber sagen wir das mal so, wir haben in dem Zimmer alles, was wir brauchen. Dann. Ausblick, aber keine Ahnung, was da drin ist. Wie geht das Fenster? Ach, ich vermag das alles aus. Keine Ahnung, wie das auch geht. Also, hier unser Blick auf die Straße. Ja. Wir sind in der dritten Etage und dieses Hotel hat keinen Fahrstuhl. Dann geht's hier gleich weiter. Zwei Sessel, Fernseher, da wird nahe hinter Laptop stehen. Da steht auch schon unsere Gamescom-Karten, Hotspott. Deine Gamescom-Karten, meine. Meine Gamescom-Karten. Dann hier hinten liegt einfach nur Stativ und Mikro. Dann ein Schrank mit noch nichts drin. Außer Kameratasche und Planetasche. Ja, jetzt mal von der anderen Ecke. Das ist unser Zimmer. Aber ich denke, weil es hat alles, was wir brauchen. Wir müssen hier eigentlich nur schlafen. Und zuerst machen wir uns jetzt wahrscheinlich auf dem Weg in Richtung Stadt und wollen in den... Was, wie hieß der Store nochmal genau? Keine Ahnung. Wir haben so einen Music Store, einen großen. Du kannst aber wieder den Namen vergessen. Er wollte aber unbedingt dahin. Ja. So, nochmal zum Blick und dann sehen wir uns morgen. Ich würde meinen, wir sehen uns dann morgen auf der Gamescom, beziehungsweise ihr seht es dann morgen Abend oder wann auch immer wieder's hochladen. Also, celebrate the Games!